Es ist ein Single Match Gast auf Tritt hier von Scorch, aber hier können wir jetzt Lolo Heat rein Ich meinte Steve Carino, Entschuldigung Gast auf Tritt hier gegen Steve Carino Und jetzt kommt Scorch Der aus ERW Gast auf Tritt hier Gast auf Tritt hier Gast auf Tritt hier Und da geht das Mensch auch schon los Okay, Kling Klock Jetzt Und was macht jetzt hier Steve Carino mit mir Gegen den Gast hier bei der DJX gegen Scorch Der Gergals DJ Music Die Taste Der Gergals Geht Der Gergals Geht Jetzt Ganz oben. Ganz oben. SCS, komm, SCS, komm, SCS, komm, der aber trifft's gar nicht mit den Knie. Wir sind ja zurück, gesammt kurz eine Störung. Soll der SCS, komm, SCS, komm, der ist überall. Soll der Kopf der, komm auf, komm auf. One, two, aber noch zwei. Two, die Klasse hat schon fast nicht von ihm. Aber es kam aus, als hätte es ihm nicht so viel ausgenommen. Wo ist das Beste von Steve Perlino war? Jetzt verkehrt, schlägt die gegen die Bahn! Nicht so einfach! Das war jetzt hier weh! Aber Steve Perlino kommt doch! Will er jetzt schon den Schwein zeigen? Oh mein Gott! Mit diesem Schweren hier! Come on! One, two! Aber kam auch wieder hochs 2! Jetzt ist Scorch wahrscheinlich richtig heiß genug! Zeigt jetzt seine Psychoaktion hin! Scorch schlägt einfach hinterher! Da war! One, two, three! Aus! Das Match ist schon vorbei! Scorch, hier der Sieger! Da hören wir auf seine Musik! Wuhuuu! Ich hab' kurz Deutsch als Constra! Hartz-Div Perlino! Der Sieg! Aus Constra! Ich-